Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das eher lizere Springseil. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieses Springseil für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Springseil werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Springseil, sehr beliebtes Fitnesszubehör, klein, sehr portable, kann auch ganz einfach mitgenommen werden, wenn man mal im Park trainieren möchte oder wo auch immer. Viele nutzen es für die Aufwärmung zum Fitnesstraining, aber man kann auch alleine mit einem Springseil wirklich sehr effektiv die eigene Figur in Form bringen. Preislich finde ich sehr interessant, was hier aus dem Hause eher lizere geboten wird, wurde ich mit Hinblick auf die Ausstattung des Springseils insgesamt betrachtet, als ein günstiges Angebot für Fitnesszubehör bezeichnet. Das ist meine Einschätzung. Ob es für dich das passende Springseil ist oder nicht, das kannst du natürlich alleine entscheiden. Es gibt einige Springseile auf dem Markt, also schau einfach mal in Ruhe und Frieden, welches am besten zu deinen Vorstellungen passt. Wir können uns gerne ein paar Eigenschaften hier auch noch genauer anschauen. Die Länge des Seils kann frei eingestellt werden. So hat man noch ein bisschen mehr Flexibilität beim Training, halte ich durchaus für vorteilhaft. Außerdem sind hier rutschfeste Handgriffe am Start. Das würde ich definitiv auch als einen Vorteil für ein Springseil bezeichnen. Produktinformationen und Eigenschaften kannst du dir selbst auch nochmal in Ruhe und Frieden auf der Angebotsseite von Amazon durchlesen. Was das EA-Lizere Springseil anbetrifft, bin ich insgesamt betrachtet der Ansicht, dass es sich hierbei um ein faires Angebot handelt. Ob du das genauso siehst und ob es für dich das passende Springseil ist oder nicht, das kannst du natürlich alleine entscheiden. Es gibt einige Springseile auf dem Markt, also schau einfach mal in Ruhe und Frieden, welches am besten zu deinen Vorstellungen passt. Das Amazon-Angebot zum Springseil aus dem Hause EA-Lizere verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Danke für deine Aufmerksamkeit, ich hoffe sehr, dass ich dir mit diesem Video weiterhelfen konnte. Viel Erfolg für dein Fitness Workout. Alles Gute, ciao.